So, wieder war es los. Gerade die Scheibe sauber gemacht. Die war wieder total versifft. So wird gleich der Kleiber wieder kommen. Der alte Kotzbrocken, vertreibt sie immer alle. Oder viele. Und das sind zwei Pärchen, die da sind. Aha, oben ist auch was los. Warteplätze. So, Kleiber, jetzt bist du natürlich nicht da. Tja, die scheinen schon satt zu sein. Und gegen sie noch nicht. Tja, die scheinen schon satt.